So eine Bombe... Ähöhöhöhöh... Egal... Wir sterben ja nicht dadurch, ne? Geht hier zu... Und hier geht's auf... Wie? Ah, hier, komm mal... Ahhhh... So... Okay... Jetzt einfach runter... Okay... Oh, ich merke schon... Nachher kommen noch übelst fiese Dinge... Juppie... Erinnert mich ein bisschen an Zelda... Aber nur ein bisschen... So... Was erwartet mich denn hier? Ja... Yay, gegner... Oh... 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 Er... Was... ... ... ... So, hier ist der Letzte hier. Bam. Schwächer. Okay. Okay. Aber haben die irgendwas hier gedroppt oder so? Gedroppt. Nee, ne? Nur das komische etwas hier am Klingen. Jetzt sind wir fast im Kreis gelaufen, ne? Oh oh, ich seh da schon. Wir machen erstmal die Kiste hier auf. Okay. 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 Die Truhe. Da ist ne Truhe. Ich denk mal da ist der Schlüssel drin, um hier aufzumachen. Das ist mal meine Vermutung. Ja. Denk ich mal. Okay, warum brauche ich auch noch nicht, das ist ja eigentlich easy. Easy. Oh, jetzt geht's ab hier. Oh. 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 Ja, aber irgendwie habe ich noch keinen Heiltrang. Kann das sein. Nur mal so. So nebenbei. Geil. Ne, ich habe noch keinen Heiltrang, ist doch geil. Ja, 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 ist schon gut. Wie kann ich keinen Heiltrang haben, ey? Wie kann man es erstmal nur umsehen, ja? So. Nicht wahr? Ja. Ist das okay. Das geht nicht. Okay. Okay. Ja. Ja. Ist das okay. Ja. Ja. Oh! Alter, WTF. Äh, ja? Jaaaa Ob das gewollt ist, dass ich die Disvie da angreife oder einfach mal weiter renne. Weil die sind ja eigentlich alle miteinander beschäftigt. Warte mal, ich mach mal ein kurzer Schnitt hier. So, weiter geht's. Nochmal die Truhe hier ran. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut. Ich glaub, das ist gar nicht gewollt, dass ich die hier bekämpft, oder? Ja, das Schlüsse. Sag ich doch. Aber hab ich wirklich... Ich hab hier gar nichts. Ich hab nicht mal einen Heiltrank. Das verstehe ich nicht. Ja. 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 Ich hab's nicht ganz komisch. Ja. Ich habe ja alles wieder gemacht. Ja. Ich hab's nicht gewollt. Ich hab's nicht gewollt. Ja. was macht das ich habe jetzt gerade nicht so richtig drauf geguckt stück anlegen ok jetzt ein medaillon oder was nicht so wirklich ok jetzt habe ich einen schlüssel also gehen wir da mal wieder hin wo wir herkamen was haben wir da fährmanns münzen können beim händler vor krim gegen besondere warenk verschwimmen ach so das gibt es sogar auch okay jetzt habe ich den schlüssel das ist das hier so jetzt habe ich hier rätsel oder was das wir sind schon bei dem Nice Die legen wir auch gleich wieder an Warte ich würde Gern wissen wie man am Ende aussehen wird Das wird wahrscheinlich richtig krass sein Voll die übelste Rüstung Aber hier vorne ist nichts mehr ne Was sagt der Rabe? Der guckt nur zu Okay Du das Vielleicht war da noch vielleicht irgendwas Ne ne Ach sieh mal an Guck mal Weil es War irgendwie nicht so Es war ziemlich dumm wenn Nur deswegen äh Dieses Rätsel war Das weiß ich aber nicht genau wie ich da jetzt hochkomme So So Ja Schon gut Rabe So die Karte kann man mit Ohren sehen Da Das macht aber gar keinen Sinn oder Ich meine weil wir haben jetzt die ganze Zeit Ein Schlüssel gesucht Und Nur um diesen Raum darauf zu machen Und da ist irgendwie nichts drin außer die Äh Schuhe Dann geben wir halt Ähm Aufgaben anzeigen Tab Ab Besiege ein Ja genau Das meine beiden Übungen oder was Oh ne Oh ne ich soll das Feuer wieder erstellen Okay Die Tue ist da Okay gehen wir erstmal zur Tue Vielleicht ist da ja was sehr wichtiges So Ich denke Ist da die Tue hier Ladevorgang Hm So das war das Ding ne Äh Alles klar Aber warte mal Ey das geht nicht oder Also